Keine Ahnung, du hast nie gehört, nein. Man merkt es, das sagt mir überhaupt nichts, was alt ist, ist es bestimmt nicht. Was afrikanisches zu essen. Firma, Unternehmen, weiß ich nicht, noch nie gehört. Kann man sich auch nicht herleiten oder so. Ist es deutsch? Nö. Lateinisch? Nein, ich weiß es nicht. Nein, nach einem ausgestoppenen Tier hört sich das an. Ein Fachbegriff für so eine künstliche Ernährung von Welpen oder so, so ein Automat. Wie kommst du denn da dran? Wegen Mama, also der Brust und Brutus irgendwie muss ich da dran denken, bei dem Mamertus. Was ist es denn wirklich?